Hallo, wie schön, dass du reinhörst hier beim Podcast Wage Mutig, mit Impulsen, Insights und Interviews zu der Frage, wie du es schaffst, dir mutig ein Leben nach deinen Vorstellungen zu erschaffen, sodass du in der Rückschau sagen kannst, was ne geile Zeit. Mein Name ist Annika Seidenfaden und ich bin dein Business Coach, wenn du dich nicht mehr zufrieden geben willst mit etwas, das ganz okay ist oder mittelmäßig oder sicher, aber nicht wirklich und für dich ganz persönlich großartig ist. Hello, hello, so schön, dass du wieder reinschaltest hier bei Wage Mutig und einer neuen Folge, die ein unfassbar spannendes Thema hat, wie ich finde, und zwar das Thema Energiespiel oder wie spielst du mit Energie? Energie und das, worum es in dieser Folge geht, ist, dass du dir bewusst machst, dass es niemals, nie, nicht um das geht, was im Außen ist, sondern immer darum, was deine Energie dahinter ist. Und ja, da hatte ich irgendwie in den letzten Wochen wieder so krasse Erlebnisse und eben auch ein ganz konkretes Beispiel, anhand dessen ich dir das jetzt heute nochmal quasi erzählen will und genau das machen wir in der heutigen Folge, damit du auf alle Fälle, ja, damit du dieses Spiel so spielst, dass es für dich kraftvoll ist, Spaß macht, dir die Ergebnisse bringt, die du gerne haben möchtest. Insofern lass uns einfach direkt starten. Das feine Spiel der Energie. Das ist ein Thema, was ich irgendwie wirklich so cool finde und so spannend finde. Und ich will dir das irgendwie heute an einem ganz konkreten Beispiel erzählen oder quasi dich teilhaben lassen daran, was ich damit meine. Und zwar hast du ja vielleicht mitbekommen, dass ich mein neues Programm angefangen habe zu launchen und zwar Awaken. Und du hast vielleicht auch mitbekommen, dass ich vor, also jetzt zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Folge aufnehme, ist es jetzt ungefähr zwei Wochen her, dass ich das, nee, stimmt gar nicht, eine Woche, es ist ja eine Woche, krass und es ist so viel passiert in der Woche, aber das passt perfekt zu dieser Folge. Also eine Woche ist es her, dass ich kommuniziert habe, dass ich Awaken aktuell, so wie das Programm mal gedacht war, nicht weiter launche, dass Awaken einen viel größeren, schöneren, kraftvolleren, intensiveren Raum bekommt. Und dass ich den Launch deswegen stoppe, weil ich spüre, dass so wie ich das Programm konzipiert hatte, dass dem, was ich möchte, was Awaken ist, das, was ich möchte, was Awaken auslöst, was Awaken transformieren soll, dass das in dem Raum, so wie ich ihn quasi bis letzte Woche konzipiert hatte, nicht passieren wird oder vielleicht nicht passieren wird. Oder zumindest habe ich es nicht gefühlt, dass der Raum, den ich Awaken gebe, groß genug ist für das, was Awaken eigentlich für mich ist. Also in anderen Worten nochmal, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, ist das, dass das, was ich fühle, was Awaken ist, nämlich wirklich ein Awaken, wirklich ein Aufwachen, wirklich ein in deine Kraft kommen, wirklich spüren, was da alles möglich ist. Dass das, was ich da mir so ein bisschen, ja, oder was ich mir ausgedacht hatte oder überlegt hatte, was ich dann in diesem Programm mit dir machen will, dass das dem einfach nicht so richtig gerecht wird. Dass das noch größer sein kann, noch kraftvoller, noch intensiver. Und dann gab es eben diesen Prozess, und von dem erzähle ich jetzt irgendwie gleich, der dann dazu geführt hat, dass ich letzte Woche Dienstag gesagt habe, okay, ich stoppe das jetzt hier. Der Launch von Awaken ist jetzt erstmal hiermit beendet. Awaken wird auch wieder zum Leben erweckt, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem ich ganz genau fühle, was dieses Programm beinhalten darf. Und das bringt mich jetzt tatsächlich zu dem ersten wichtigen Punkt. Der erste wichtige Punkt ist, dass ich mir das erlaubt habe, zu sagen, ich stoppe diesen Launch. und ich stoppe diesen Launch, obwohl oder unabhängig davon, dass ich seit Januar darüber nachgedacht habe, wie mein neues Programm aussehen soll. Dass da ganz viel Herzblut reingeflossen ist, dass da ganz viel Zeit reingeflossen ist, ganz viel Energie, ganz viel, ja, einfach, ja, Herzblut trifft es im Endeffekt. Also meine Zeit, meine Energie, meine Leidenschaft, mein mir überlegen, okay, wie kann es aussehen, wie möchte ich es haben, was möchte ich damit erreichen, wer ist meine ideale Kundin, was ist das Gefühl, das ich transportieren will. Also im Endeffekt die ganzen Sachen, die ich auch in meinem, in meinem Business Mentorings mache, habe ich für mich und für dieses Programm auch gemacht. Und dann habe ich, hatte ich ja die Idee oder hatte das Gefühl damals, dass ich irgendwie sehr gerne, dass ich es einfach möglichst, sagen wir mal, effizient haben möchte oder dass ich gerne möchte, dass du am meisten aus diesem Programm mitnehmen kannst, weswegen ich gedacht habe, okay, die Fragen, von denen ich weiß, dass sie irgendwie quasi sich immer stellen bei jedem, der ein Business startet oder jedem, der mit seinem Business auf ein nächstes Level kommen will, nämlich die Fragen zu, genau das, was ich gerade gesagt habe, wer ist eigentlich meine ideale Kundin, was ist irgendwie meine Message, was ist mein Programm, wie kann mein Programm aussehen, was ist das Gefühl, das ich transportieren will, wie kann ich eigentlich am besten verkaufen, wie kann ich am besten Marketing machen, wie kann ich dabei bei mir bleiben, wie kann sich das leicht anfühlen. Und da gibt es eben bestimmte Sachen, die, von denen ich gedacht habe, okay, das kann ich dann in einem quasi Online-Kurs aufnehmen, damit dann die Zeit, die wir gemeinsam haben in diesen Calls, damit wir die wirklich für Deep Talk nutzen können, für richtig ins Detail gehen, damit du am meisten aus dieser Zeit mitnimmst. Und dann hatte ich eben die Idee und habe gedacht, ja cool, wenn ich dann so einen Online-Kurs mache und dann war irgendwann, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber Anfang des Jahres war auf alle Fälle klar, dass ich im März mit meiner Mentorin in Südafrika bin und dann habe ich gedacht, ja bingo, geil, Südafrika finde ich irgendwie sowieso ein grandioses Land, ich mag die Energie da, ich mag ganz viele Dinge, auch wenn es bestimmte Aspekte gibt, die man sehr kritisch sehen kann, aber insgesamt ist Südafrika für mich einfach ein Land, was mir unfassbar viel Energie gibt. Und deswegen habe ich gedacht, ja cool, dann miete ich mir da eben auch, miete ich mir ein Haus unten am Kap mit Blick aufs Meer und da fange ich dann an, meinen Online-Kurs aufzunehmen. Also habe ich irgendwie, und dann habe ich, das habe ich tatsächlich auch schon in einem Live erzählt, habe ich eben nicht nur dieses Haus gemietet, sondern ich habe tatsächlich irgendwie ein Stadtloft in Kapstadt gemietet und gleichzeitig dieses Haus unten am Meer. Und weil man irgendwie beide Sachen irgendwie Minimum vier Nächte mieten musste und ich aber nur, ich glaube, ich hatte nur fünf Tage vor Ort, also genau von Sonntagabend bis Freitag und beides fühlte sich aber irgendwie gut an und cool an, habe ich also quasi doppelt gemietet. Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache das genauso, wie ich mir das vorstelle, habe also dann, also ich hätte an unterschiedlichsten Orten wohnen können in dieser Woche und habe dann auch angefangen, den Online-Kurs aufzunehmen, habe das ja alles promotet, habe davon erzählt, bin da reingegangen, hatte irgendwie eine Agentur im Hintergrund, die an Slides gebastelt hat. Und es ist ein Video erstellt worden als Trailer für das Programm. Also was ich damit sagen will ist, es ist wirklich viel Zeit, Energie und auch Geld in dieses Projekt geflossen und es waren auch neben mir viele andere Menschen daran beteiligt. Also es war nicht nur ich selber, die hier auf meinem Sofa gesessen hat, gesagt hat, das ist jetzt mein Programm und jetzt irgendwann, jetzt ist es das nicht mehr, sondern da war eine ganze, also der Zug war quasi am Rollen. Und meine Frage an dich ist jetzt, wie oft in deinem Leben hast du so Situationen, wo du irgendwas anfängst und in dem Moment, in dem du es anfängst, auch überzeugt davon bist, dass das das Richtige ist. Und irgendwann im Laufe des Prozesses stellst du aber fest oder vielleicht auch einfach nach einer bestimmten Zeit stellst du fest, das ist es aber nicht mehr, das fühlt sich nicht mehr richtig an oder vielleicht hat es sich auch nie richtig angefühlt. Also bei mir hat es sich am Anfang richtig angefühlt, aber irgendwann dann halt nicht mehr. Und was ich dir sozusagen da heute mitgeben möchte, ist dieses, wie oft hältst du dann aber an diesem Ding fest, weil du dir eben sagst, nee, nee, ich kann das ja jetzt nicht stoppen. Also ganz ehrlich, da habe ich jetzt so viel Zeit investiert oder da habe ich Geld investiert oder was sollen denn die anderen sagen, wenn ich jetzt auf einmal sage, nee, jetzt möchte ich das doch nicht mehr machen, jetzt habe ich den Job zugesagt, jetzt kann ich den nicht wieder absagen oder jetzt habe ich diesen Job angefangen, jetzt kann ich nicht nach drei Monaten in der Probezeit sagen, nee, sorry, das ist es irgendwie. Oder ich bin in irgendeine Wohnung gezogen, in irgendein Stadtviertel und jetzt stelle ich aber auf einmal fest, Mist, ich fühle mich überhaupt nicht wohl und eigentlich möchte ich gerne woanders wohnen. Oder ich habe jemand zugesagt, dass ich irgendwas mache, dass ich irgendwo hin mitkomme, aber ich fühle es gerade überhaupt nicht mehr und irgendwie fühle ich mich jetzt aber so gezwungen, dabei zu bleiben, weil wer A sagt, muss auch B sagen oder was man sich ja alles irgendwie erzählt. Und das, was ich dir gerade hier mitgeben möchte, ist irgendwie wirklich dir die Erlaubnis zu geben, ehrlich mit dir selber zu sein. Und also wir kommen am zweiten Teil, da komme ich da sozusagen nochmal zu einem ganz wesentlichen Aspekt, aber jetzt hier in dem Moment geht es mir erstmal darum, dieses, wie oft hast du schon in der Vergangenheit an Sachen festgehalten, weil du irgendwann mal gesagt hast, ja, das mache ich jetzt. Oder weil du irgendwo eine Zusage gegeben hast. Oder weil du irgendwie von dir abverlangst, dass du dich da jetzt durchbeißen musst, dass du da jetzt dranbleiben musst, dass du das jetzt aushalten musst. Und das, was ich dir eben mitgeben möchte, ist dieses, wenn du möchtest, dass sich dein Leben anfühlt oder wenn du dieses Gefühl von Flow haben möchtest, wenn du dieses Gefühl haben möchtest von du bist im Fluss des Lebens, alles ist gut, dann darfst du dir eben auch erlauben, da mit zu fließen und das dann nicht sozusagen dich einzuärkern wieder und diese ganzen Betonmauern links und rechts hochzuziehen und zu sagen so, nee, nee, das habe ich jetzt aber irgendwann mal gesagt und das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt durch, das muss ich jetzt mindestens, muss ich jetzt mindestens so und so lange machen. Oder ich hätte mir jetzt auch sagen können, nee, also ganz ehrlich, das kann ich jetzt wirklich nicht machen, also was sollen die denn irgendwie von mir denken, hü, hot, keine Ahnung, was will sie denn jetzt eigentlich, ich ziehe jetzt diesen Launch durch, komme, was da wolle. Und ich kann dir sagen, was dann passiert wäre. Was passiert wäre, wäre, dass wahrscheinlich, also auf alle Fälle schätze ich mal sehr wenige Leute, vielleicht hätte auch gar keiner gebucht, aber selbst bei wenigen Leuten hätte es nur dazu geführt, dass ich wäre frustriert gewesen, weil dann hätte ich ja das Gefühl gehabt, so Mann, jetzt habe ich mich da irgendwie reingehängt, mich da irgendwie durchgebissen. Der ganze Launch-Prozess wäre ab dem Zeitpunkt, ab dem ich gefühlt habe, dass es das nicht mehr ist und mich aber gezwungen hätte, weiterzumachen, hätte sich anstrengend angefühlt, hätte sich nach Arbeit angefühlt, hätte sich nach, da wäre dieser Widerstand gewesen, dieser innere Widerwillen und ich wäre da drüber weggegangen. Und die ganze Leichtigkeit, all das, wofür ich auch hier stehe mit meinem Business und mit dem, was ich dir vermitteln will, hätte ich damit quasi ignoriert. Ich hätte es mit Füßen getreten. Und für mich wäre es ein anstrengender Prozess geworden. Du hättest die Anstrengung gespürt, wenn auch nicht bewusst, aber unterbewusst auf so einer energetischen Ebene hättest du das gemerkt, dass ich nicht voll und ganz und mit Leib und Seele und mit Leidenschaft dabei bin und vielleicht hättest du trotzdem Awaken gebucht, aber ich bin 150 Prozent davon überzeugt, dass die meisten es dann eher nicht gebucht hätten, ohne dass sie vielleicht genau hätten sagen können, warum eigentlich nicht. Und mit den Paaren oder mit denjenigen, mit denen dann Awaken gestartet wäre, das wäre auch nicht mehr cool geworden, weil die Energie für mich ja nicht da gewesen wäre. Also verstehst du, was ich dir sagen will, das zieht sich ja immer weiter. Es geht nicht darum, dass du in irgendeinem Zeitpunkt über dich selber und über dein Gefühl und über deine Intuition oder dein Bauchgefühl hinweg bügelst und dann wird irgendwie sozusagen alles gut, sondern dieser Krampf, dieses Schwere, dieses Erzwungene, das bleibt. Und das bleibt egal, ob das jetzt darum geht, dass es irgendwie, dass es der Launch ist von irgendeinem neuen Programm. Das bleibt, wenn du dir dein überlegst, was soll eigentlich dein Business sein, was soll dein Thema sein. Das bleibt, wenn du dich für irgendeinen Job entscheidest. Das bleibt, wenn du dich für eine Wohnung entscheidest. Das bleibt, wenn du, wenn du das auf das Thema Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung überträgst. Es ist eine absolute Illusion anzunehmen, dass es nur darum geht, dass du da einmal irgendwie quasi dich durchboxt und danach wird es dann easy und schön und leicht. Und du weißt auch, dass das nicht so ist, weil wenn du zurückschaust auf die Sachen, wo du vielleicht schon lange gespürt hast, dass es eigentlich für dich Zeit ist, zu gehen, dass es Zeit ist, irgendwas loszulassen, dann sind die Dinge eigentlich nie wieder leicht geworden und schön geworden. Vielleicht gab es Momente, aber das übergeordnete Gefühl war nicht mehr eins von Leichtigkeit und du bist im Fluss des Lebens und alles fühlt sich gut an und nach Freiheit und nach richtig. Also insofern, hab den Mut, unabhängig davon, wie viel du schon investiert hast, ehrlich mit dir selber zu sein und wenn du das nicht mehr fühlst, was du mal angefangen hast, gib dir die Erlaubnis zu sagen, ich entscheide neu. Und ich muss irgendwie gerade auch so ein bisschen dran denken, es gab sogar irgendwie früher hier aus meiner, in meiner Anwaltszeit gab es irgendwie auch so einen Spruch irgendwie, du musst irgendwie gutem Geld nicht mehr Schlechtes hinterherwerfen oder so, irgendwie so ähnlich war der Spruch. Und das, worum es ging, war eben auch das, dass wenn sozusagen du in irgendein Projekt investiert hast, du stellst auf einmal fest, nee, also irgendwie läuft es aber nicht so richtig, ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Offenbar sind irgendwelche Eckdaten, haben wir irgendwie nicht bedacht oder es gab irgendwelche Variablen, die man vorher nicht so richtig sehen konnte oder die wir nicht gesehen haben. Und dann hältst du aber an diesem Projekt fest, weil du halt schon so viel gutes Geld investiert hast und Zeit und Energie und keine Ahnung was und dann schmeißt du diesem ganzen Projekt irgendwie noch Geld und Zeit und Energie hinterher und dadurch wird es aber niemals nie wieder ein gutes Projekt, sondern eigentlich machst du es damit eben nur noch schlimmer. Und das, worum es dann geht, ist eben das Pflaster nicht ganz langsam abzureißen, sondern einmal zu sagen, okay, ratzfatz, decision made, jetzt, Augen zu und durch, ehrlich mit dir selber sein, Entscheidung treffen, rausgehen damit, klar kommunizieren, fertig. Und da, da steckt eine unfassbare Kraft drin. Und das ist genau das, was jetzt bei mir passiert ist, dass eben diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, hat einen Raum eröffnet für neue Programme, für neue Ideen, für seitdem ist auch die Magic Mountain Mission, das Projekt, was jetzt quasi vor der Tür steht, ist für mich seitdem viel intensiver, viel krasser und ich spüre einfach mit jeder Faser, dass das genau die richtige Entscheidung war. Und genau dieser Raum öffnet sich auch für dich, wenn du dir erlaubst, dann ehrlich mit dir selber zu sein und zu sagen, nee, nee, ich mache es einfach nicht mehr. Da ist irgendwas anderes. Und ohne, dass du vielleicht, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, ohne, dass du in dem Moment schon weißt, was ist eigentlich das andere. Weil ich weiß ja auch noch nicht, wie Awaken aussieht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht 150 Prozent, wie sehen meine neuen Programme aus. Ich weiß auch noch nicht, wann ich die neuen Programme launche. Aber darum geht es in dem Moment gar nicht, sondern es geht darum, dass du dir erlaubst, zu sagen, dieses konkrete Projekt oder dieses konkrete Programm, das, da treffe ich jetzt eine Entscheidung für. Und das bringt mich jetzt nochmal zu diesem ganz, ganz wesentlichen zweiten Aspekt und weswegen diese Folge auch heißt, das Energiespiel und warum es niemals nicht um das im Außen geht, sondern immer um die Energie dahinter. Und das ist jetzt super wichtig. Und das ist der Punkt, du darfst 150 Prozent ehrlich bei dir selber hinschauen und dich fragen, warum treffe ich jetzt diese Entscheidung? Treffe ich sie wirklich aus einem Gefühl von Fülle und das ist jetzt die richtige Entscheidung für mich oder triffst du sie aus einem Gefühl von Angst, von Mangel, von Zurückschrecken, anstatt dich auszudehnen, von Zurückziehen, anstatt nach vorne zu gehen? Und das kannst nur du dir selber beantworten, weil im Außen ist das Ergebnis oder das, was man im Außen sieht, ist ja in beiden Aspekten gleich. Und was meine ich damit? Damit meine ich, also ich habe diese Entscheidung getroffen aus einem absoluten Gefühl von Fülle, von Spüren, dass Awaken einfach einen anderen, einen größeren Raum bekommen möchte. Das ist ein Gefühl von Ausdehnen. Und deswegen habe ich den Launch gestoppt. Und ich habe ihn nicht gestoppt, weil sich auf einmal mein Ego gemeldet hat und gesagt hat, jetzt, also da haben wir jetzt noch nicht zehn Leute gebucht. Vielleicht funktioniert das alles nicht. Und ach, und eigentlich, ich will auch gar nicht verkaufen. Und das alles mit dieser Sichtbarkeit. Und das ist ja auch so anstrengend, da jetzt immer rauszugehen auf Social Media. Ja, und nee, und ach, es wäre auch eigentlich alles viel entspannter, wenn ich das irgendwie nicht machen müsste und wenn ich diese ganze Arbeit irgendwie damit nicht hätte. Und irgendwie fühle ich mich auch unwohl damit, davon zu erzählen oder das zu promoten. Und ich weiß auch eigentlich gar nicht so richtig, was die Energie ist. Und ach, nee, 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 wahrscheinlich ist es einfach besser, ich lasse es jetzt. Ich lasse es jetzt. Es ist auch anstrengend mit so einem Launch-Datum und so. Verstehst du, was ich meine? Das Ergebnis im Außen ist genau das Gleiche. Das Programm oder der Launch wird erst mal gestoppt. Für den einen ist es eine Entscheidung von totaler Selbstermächtigung, von Ausdehnen, von Größe, von sich Erlauben, dass da noch was viel Größeres, Schöneres entstehen darf. Und für den anderen, der genau das Gleiche macht, ist es aber vielleicht eine Entscheidung von, ich weiche zurück. Ich gebe der Angst oder der Unsicherheit mehr Raum als dem Kribbeln, was daraus entstehen kann. Ich höre eher auf diese kleine innere Kritikerstimme und mache mich selber schlecht, als dass ich darauf vertraue, dass das für mich jetzt ein ganz wichtiger Prozess ist. Und dass dieser ganze Launch-Prozess auch für dich dann vielleicht ein riesiger Wachstumsschritt ist. Und so ist das mit allen Dingen. Weißt du, für den einen kann es, wenn du zum Beispiel irgendwie auf Social Media irgendwie super laut bist und super wah, wah, wah und ich bin die Beste und die Geilste und super und man, schau mal hier. Für den einen kann das irgendwie was sein, was aus dem totalen Mangel heraus entsteht, aus der Angst, nicht gut genug zu sein, aus der Angst, irgendwie laut sein zu müssen dafür, dass du gesehen wirst. Aus der Angst geboren, dass du wahnsinnig bunt und schrill und grell sein musst dafür, dass du erfolgreich sein kannst. Aus der Angst heraus geboren, dass du dir immer wieder erzählen musst, dass du die Beste und die Geilste und die Tollste bist und whatever, damit dich überhaupt jemand bucht. Für jemand anders kann es aber eine totale Art und Weise auch wieder der Selbstermächtigung sein, weil das vielleicht jemand ist, der bis gestern sein Licht immer total unter den Scheffel gestellt hat, der sich nie erlaubt hat, zu sagen, ja, das, was ich da mache, ist einfach genial. Und ich bin irgendwie die Beste in dem, was ich tue und du bist auch die Beste in dem, was du tust. Und ich erlaube mir jetzt einfach, mich da mal super ultra selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, ganz ehrlich, wenn du nicht bei mir buchst, dann ist dir auch nicht zu helfen, weil das, was ich hier anbiete, mein Megaprogramm, ist einfach der Knaller. Und da ist Transformation pur drin und, und, und. Verstehst du, was ich meine? Das kann im Außen auch wieder das Gleiche sein. Und der eine macht es eben komplett aus der Angst, aus dem Ego, aus dem Kleinhalten, aus dem Engsein. Und der nächste macht es aus dem Gefühl von, wow, ich erlaube mir das jetzt mal, irgendwie diese Seite zu zeigen. Ich erlaube mir, mir den Raum zu nehmen. Ich erlaube mir, laut zu sein. Ich erlaube mir, andere Facetten zu zeigen. Und das meine ich mit, es geht nie darum, was du im Außen siehst. Und das, was du aber vielleicht machst, ist, wenn es bei dir dann irgendwie nicht so läuft, wie du es gerne hättest oder wenn du verunsichert bist oder wenn du irgendwie was hast, wo du sagst, Mann, ich wünsche mir, ich wäre schon an einer anderen Stelle. Du guckst auf das Außen bei den anderen. Und dann ziehst du den Rückschluss, dass es das ist, was es braucht. Zum Beispiel mehr Follower, zum Beispiel einen anderen Instagram-Account, zum Beispiel eine geile Webseite, zum Beispiel einen anderen Preis. Aber das ist es nie. Es geht immer um das, was dahinter ist. Und dein Weg, dahin zu kommen, wo du hin willst, ist vielleicht ein ganz anderer, als der, von dem du dann den Instagram-Account anguckst, der dann da irgendwie zehnmal mehr Follower hat als du. Oder von dem, der da jetzt irgendwie eine krasse Webseite hat oder der irgendwie ein bestimmtes Programm gelauncht hat. Und dieses Programm, was da jemand launcht, ist aber vielleicht das Ergebnis des Wachstumsprozesses, den diese Person durchgemacht hat. Und du versuchst jetzt einfach, das Endergebnis zu nehmen und zu sagen, okay, krass, die hat also zehn Sessions, alles online, dann macht sie noch ein Live-Event und das bietet sie an für so und so viel tausend Euro. Also das ist der Weg, so mache ich es jetzt auch. Und das ist sozusagen, oder das ist der Inhalt, der da dabei ist und das mache ich jetzt auch. Und es führt nirgendwo hin, weil du darfst für dich gucken, was ist denn dein Weg? Was ist denn deine Message? Was sind deine Erfahrungen? Was hat dich geprägt? Was macht dich aus? Und ja, das ist dann eben genau das, weswegen ich immer sage, ein eigenes Business zu haben und das authentisch zu führen, ist dein größter Wachstumshebel, weil du dir nämlich erlauben darfst, ehrlich hinzuschauen. Was ist denn dein Weg? Wer bist du denn? Und dich dann damit irgendwie rauszuwagen, mit dem, was dich ausmacht. Und das kann Angst machen, weil es dann so, weil es das Gefühl gibt, dass du dadurch angreifbarer wirst. Und ja, es ist natürlich eine neue Art von dich zu zeigen, transparenter zu sein, offener zu sein. Aber es ist auch gleichzeitig eine unfassbare Stärke und Selbstermächtigung, weil du dir nämlich dann wirklich erlaubst, dass das, was du da machst, deins ist. Genau. Und das ist eben genau dieses Thema von Energie. Was ist die Energie dahinter? Was ist der stiftende Gedanke dahinter? Und das ist eine Frage, die kannst du dir nur ganz ehrlich selber beantworten. Und du weißt das immer, ob das das eine ist oder das andere. Und die Frage ist dann nur, wie ehrlich bist du mit dir selber? Wie ehrlich und authentisch traust du dich zu sein? Und je mehr du dich das aber traust und je mehr du dir das zugestehst und dir das erlaubst, desto kraftvoller wirst du und desto wirklich, desto schöner und desto leichter und desto fließender wird auch alles, was du machst. Und dann, dann ist da diese Chance auf Leichtigkeit und auf dieses schöne Business, was du vielleicht haben möchtest. Aber der Weg dahin ist halt bei dir und nicht irgendwas im Außen. Ich hoffe einfach, dass du irgendwie aus dieser Folge wirklich was für dich mitgenommen hast und dass du dir bewusst machst, wie viel mehr es eigentlich um das geht, was du im Innen machst, als das, was du im Außen machst oder das, was du im Außen siehst bei anderen. Und ja, weil das einfach irgendwie so wichtig ist, dass du deinen eigenen authentischen Weg gehst und irgendwie auch so merkst, okay, was ist denn eigentlich meins? Was macht mich denn aus? Was ist denn, was ist meine ganz eigene Energie, meine ganz eigene Erfolgssignatur, die ich habe? Ja, werde ich demnächst ein Programm launchen, Human Design meets Business, also wo ich das, beides kombiniere, diese Welt des Business, alles, was es dafür braucht. Und das aber kombiniert mit Human Design, weil es da so, so genial tief darum geht, was dich eigentlich ausmacht und was deine, deine ganz eigene Erfolgssignatur ist. Und eben der Weg von irgendjemand anderem überhaupt nicht dein Weg ist. Genau, also guck auf alle Fälle immer mal wieder. Ich weiß noch nicht genau wann, aber in den nächsten Wochen launche ich das auf alle Fälle. Und das wird richtig geil. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also meine Liebe, hab einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, dicken Kuss.